Herzlich willkommen zu der Wochenlegung für die 41. Kalenderwoche. Das ist die Woche, die am 7. Oktober beginnt und bis zum 13. Oktober geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und die Energien werden an Fahrt aufnehmen. Ja, ich werde in dieser Woche es leider nicht schaffen, für alle Sternzeichen eine Legung zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ausnahmsweise für diese Woche eine allgemeine Wochenbotschaft zu machen. Ja, bei mir ist gerade ziemlich viel los und ich muss ein bisschen einiges umstrukturieren. Und deswegen schaffe ich es in dieser Woche auch nicht, die Legungen so zu machen, wie ich sie sonst mache. Ich bitte da um Verständnis und um Entschuldigung. Ja, wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und ich hatte ja bereits, also wenn man in die Legungen von der Kalenderwoche 40 schaut und dort das Ende betrachtet, kann man daraus auch Rückschlüsse ziehen, wie die weitere Mondphase verlaufen könnte. Es könnte sehr gut sein, dass gerade die letzte Karte jetzt noch in dieser Woche präsent ist und auch in dieser Woche noch mit reinwirkt. Weil wir eben die gleiche Mondphase haben und der zunehmende Mond ab dem 3. Oktober, glaube ich, die Mondphase am 3. Oktober begonnen hatte. Also, aber wir schauen mal, wie die allgemeinen Energien in dieser Woche sind und welche Hinweise ich dir mitgeben kann, wie die Woche so ausschaut an allgemeiner Energie. Schauen wir mal. Die 41. Woche. Und ich versuche so ein bisschen auf die Sternzeichen auch unterschiedlich einzugehen. Ich bin selber jetzt ein bisschen gespannt, wie das so sein wird. Ja, es könnte auch sehr gut sein, dass ich nach dieser Woche auch einiges umstrukturiere. Vielleicht mache ich dann auch nur noch zweiwöchige Legungen oder pro Mondphase. Und wenn ihr da eine Idee habt oder wenn ihr da eine Vorstellung habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre auch sehr hilfreich. Würde mich sehr inspirieren aktuell. Und ich bin sehr gespannt, was die Wochenlegung jetzt so sagt, was so die allgemeine Energie ist. Die Acht. Die Kraft. Eine ausgewogene Energie, die uns allen Kraft verleihen wird. Und das passt zum zunehmenden Mond und eben auch zur vage Energie. Konzentration, Ausgewogenheit und Klarheit bringt diese Karte mit. Auch ausgewogene Gespräche, dass man sich gegenseitig zuhört. Dass man auch versucht, über kommunikative Wege Gerechtigkeit in das Leben zu bringen. In die Umgebung und dadurch wird für uns alle das ein bisschen einfacher, ein bisschen strukturierter, klarer. Es ist aber auch eine Karte der Distanz gleichzeitig. Es ist auch eine sehr rationale Energie. Und wir schauen mal, wie das so weitergeht. Hier die Zwei der Kelche bringt mehr Emotionalität mit rein. Und da sieht man doch einen sehr liebevollen Bezug. Dass man sich mit Liebe aneinander wendet. Und versucht hier wirklich Fairness und Gerechtigkeit. Auch eine freie Form der Liebe, die frei von Erwartungen ist, mit hinein zu bekommen. Ausgewogenheit. Und auch irgendwie eine sehr erfrischende Energie ist das auch gleichzeitig. Sehr interessant. Denn diese Karten passen einfach auch sehr gut zu Waage. Und es ist ja auch aktuell Waagezeit. Gepaart ist diese Energie mit einer Prinzessin der Scheiben. Und das kann natürlich eine andere Person in deinem Leben widerspiegeln. Oder sich auf euch selbst beziehen. Besonders wenn ihr ein Erdzeichen seid. Aber vielleicht sind wir alle so ein bisschen mehr von der Erdenergie in Form der persönlichen Weiterentwicklung geprägt. Dass der Personentypus der Prinzessin der Scheiben besonders in den Vordergrund gerät in dieser Zeit. Die Prinzessin der Scheiben ist eine sehr besonnene Person. Die sehr nachdenklich ist, sehr ruhig ist, introvertiert, sehr vorsichtig agiert, aber sehr nachdenklich. Eine Person, die erst nachdenkt und dann handelt. Und die Prinzessin kann natürlich auch eine männliche Person sein. Bringt hier ganz viel jugendliche Energie mit rein. Und widmet sich oft einfach der Ordnung, der Struktur. Schaut, wie man Dinge in Ordnung bringen kann. Und weist hier auch viel Lernbereitschaft auf. Eine Person, die sich oft mit Handwerk, mit Technik oder mit Hauswirtschaft oder Gartenarbeit beschäftigt. Und hier sehr viel Geduld, Pragmatismus und konstruktive Energie mit reinbringt. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Aha, okay. Bei der Prinzessin der Scheiben sieht man hier natürlich erstmal einen Reifungsprozess. Dass diese Person Verantwortung übernimmt. Und es ihr auch gut gelingen wird. Der Kaiser bringt hier sehr viel Dynamik mit rein. Ist Widderenergie. Hier haben wir bei der Liebe übrigens Krebs. Sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe hier wirklich den Eindruck, dass diese Prinzessin der Scheiben hier sehr präsent ist. Das Erdzeichen, Steinbergstehe, Jungfrau. Sehr präsent. Aber ihr Tun, ihr Handeln ist sehr von Liebe geprägt. Nicht nur Liebe anderen gegenüber, sondern auch der Wertschätzung sich selbst gegenüber. Das ist der Antrieb hier. Und ich bin mir sicher, der Prinzessin der Scheiben gelingt es über ihr Tun, mehr Liebe im Gemeinschaftssinn, im geselligen Sinne zu erzeugen. Und natürlich auch Liebe in ihrer Partnerschaft oder in der Familie, im Freundeskreis. Man sieht hier ein sehr beherztes Handeln. Der Kaiser bringt hier sehr viel Dynamik rein. Der Wunsch nach Stabilität, nach Frieden. Und eine starke Überzeugung davon, dass es einem auch gelingen wird. Ein starkes Selbstbewusstsein. Eine starke Präsenz, womit diese Person Verantwortung übernehmen kann. Aber auch etwas durchsetzen kann, was ihr wichtig ist. Etwas umsetzen kann. Und das führt zur persönlichen Reifung dieser Person. Und das könnte jeder von uns sein. Also, das scheint in dieser Woche ein sehr zentrales Thema zu sein. In der Vergangenheit, die Neun der Kelche. Man hat alles kürzlich, vor kurzem etwas leichter genommen. Sehr viel angenehme Zwischemenschlichkeit erfahren. Harmonie im Miteinander. Man ist hier zusammengekommen als Gruppe. Oder im Freundeskreis. Oder auch zu zweit. Und hat einfach die Energien, die miteinander entstanden sind, sehr genossen. Und hieraus ist auch viel entstanden. Aber in dieser Woche geht es mehr um eine praktische Umsetzung dessen. Ja, man möchte hier praktisch etwas für die Liebe tun. Und dafür ist eine Handlung notwendig. Irgendetwas, was es umzusetzen gilt. Der Antrieb ist hier aber die Liebe. In den Gedanken, eine Prinzessin der Sperter. Und hier könnte es sich sehr gut um die gleiche Person handeln. Besonders wenn es hier Zwillinge sind. Oder Jungfrau könnten beide Karten auf die gleiche Person verweisen. Die Prinzessin der Sperter. Kann aber auch eine Luftperson sein. Kann natürlich dann auch eine andere Person sein. Luftperson wären dann auch noch Wassermann. Eben Zwillinge oder eben Waage. Eine Person, die ebenfalls sehr präsent ist. Um die man sich viele Gedanken macht. Oder über das Bild in einem selbst. Man macht sich hier viele Gedanken um sich selbst. Die Prinzessin der Sperter ist ein bisschen ein anderes Naturell. Auch eben jugendliche Energie. Eine Person, die eben neue Gedankengänge ausprobiert. Die da sehr neue Wege gehen möchte. Auf der Suche nach der eigenen Wahrheit ist. Auch mit diesen Anliegen auch manchmal etwas anecken könnte. Die Prinzessin der Sperter ist eine Rebellin. Und möchte die Dinge anders tun als andere. Oder etwas Unkonventionelles auch wagen. Eine Person, die sehr intellektuell ist. Geistig wendig. Aber auch sprunghaft sein kann. Aber schau mal. Die Person hat richtig viel Freude am Leben. An der Liebe. An der Leidenschaft. Diese Person macht es sich zur Zeit so richtig schön. Das Leben. Und genießt es. Aber es wirft auch einige neue Fragen. Auf im Leben dieser Person. Man sieht hier, dass die Erfahrungen zu neuen Erkenntnissen führen. Die auch so ein bisschen diese Person aus der Fassung bringen könnte. Es könnte hier etwas in Stocken geraten dadurch. Und das Ganze hat das Potenzial, dass man etwas von einer anderen Perspektive heraus verstehen lernt. Und sein Bewusstsein erweitert. Es scheint aber auch eine wirklich sehr wichtige Erkenntnis zu sein. Man sieht hier im Grunde eine sehr starke Verankerung der Emotionalität im Unterbewusstsein in unser aller Leben. Von den Emotionen her ist man in einer harmonischen Stimmung. Fühlt man sich verbunden. Das könnte bei den einen oder anderen auch zu Selbstzufriedenheit führen und einen dazu veranlassen, auch sich gehen zu lassen, auch faul zu werden. Sich zu sehr treiben zu lassen. Bei den einen oder anderen führt das aber auch zu sehr schönen emotionalen Verbindungen. Und man neigt hier dazu, aus Liebe heraus, aus Verbindungen heraus zu agieren. Ganz aus dem Unterbewusstsein heraus. Also man handelt hier mit Liebe und bringt mehr Liebe in die Welt. Und das kann tatsächlich ein Stück weit für alle gelten. Natürlich sind wir alle persönlich an unterschiedlichen Punkten. Und es ist uns in verschiedenen Weisen möglich, Liebe miteinander zu teilen. Aber in dieser Woche ist das sehr begünstigt. Ja, und das führt tatsächlich zu einer schönen, ausgewogenen Geselligkeit. Man kommt hier zusammen. Man genießt das Leben. Das könnte jetzt zum Beispiel auch so sein, dass die Prinzessin der Scheiben eine Veranstaltung geplant hat. Also das wäre sehr begünstigt. Und an dieser Planung wird diese Person auch wachsen. Aber die Hauptrolle auf dieser Veranstaltung hat dann vielmehr die Prinzessin der Schwerter. Die hat viel Freude an diesem Event, aber wird hier auch auf ganz neue Gedanken gebracht. Überhaupt sieht man auf dieser Veranstaltung jetzt, das kann ja auch ein metaphorisches Bild sein. Das ist jetzt nicht in euer aller Leben eine Veranstaltung. Aber irgendwie durch einen bestimmten Zustand, den voraussichtlich die Prinzessin der Scheiben ins Leben ruft, kommen hier mehrere Menschen zusammen. Und das wird sehr erhellend. Man sieht hier sehr tolle Gespräche, die auf neue Gedanken bringen, die auch zur Klärung alter Probleme beitragen. Und sehr viel Gemeinschaftssinn in die Welt bringen werden. Auch Heiterkeit, eine heitere Stimmung sieht man hier. Ehrlichkeit mitunter auch ein bisschen knallharte Ehrlichkeit. Muss man auch sagen, kann halt auch im Einzelfall sich ins Gegenteil entwickeln. Dass man hier ein bisschen zu offenherzig miteinander ist. Aber auch das kann dann zur Klärung beitragen. Es wird auf jeden Fall sehr gesellig. Und hier kommt Licht ins Dunkel. Hier zeigen sich auch Schatten. Und man kann mit diesen Schatten aber recht bewusst umgehen. Die führen nicht... Also hier siegt das Licht, kann man sagen. Hier siegt das Licht. Okay, ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit an den Teufel gedacht, weil das ist ja schon fast der Gegenspieler. Aber auch hier hilft es sehr, Licht ins Dunkel zu bringen. Aber der Teufel könnte halt wirklich dazu führen, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gerät und etwas zu intensiv und zu viel wird. Und hier doch Dinge, die eigentlich im Schatten sind, ins Licht an die Oberfläche herantreten. Ja, aber ich habe hier schon prognostiziert, dass das Licht und die Sonne siegen werden. Ja, ich bleibe dabei. Aber hier zeigen sich doch auch einige Schattenseiten. Und negative Antriebe oder... Ach, das ist gleich so wertend. Aber Antriebe können manchmal ungünstig kanalisiert sein. Und dann wirken sie auf uns alle negativ. Und genau solche Kanalisierungen, das kann man jetzt in dieser Woche gut aufdecken, gut offenlegen. Durch Kommunikation, durch Ehrlichkeit, durch Offenherzigkeit, durch Liebe auch. Aber die Voraussetzung ist halt, dass man sich dem liebevoll annimmt. Und das ist dann schon fast ein Appell an uns alle, uns in Liebe mit einer gewissen Akzeptanz und Annahme unseren eigenen Schattenanteilen zu widmen, Schattenseiten zu widmen. Diese Seiten sind nicht schlecht an uns. Diese Seiten sind nur im Schatten, weil wir sie lange nicht mehr betrachtet haben. Und da verbirgt sich womöglich das eine oder andere ungelebte Potenzial. Und das ist es wert, genauer zu prüfen. Manchmal reicht es, wenn man sich seinen scheinbaren Unzulänglichkeiten in Liebe widmet. Kann man daraus vielleicht etwas anderes machen. Es anders kanalisieren lernen. Und dann ist es eine wunderbare Stärke und Fähigkeit. Zum Beispiel. Auch bei den anderen können so eine starke Gefühle deutlicher sich zeigen als sonst. Hier könnten toxische Verbindungen besonders hervortreten, Eifersuchte, Eifersuchtsgefühle, Selbstwertschwierigkeiten, All das könnten ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Aber all das kann auch anders verknüpft und kanalisiert werden. Gefühle sind an sich etwas Positives. Und das alles beruht auf Gefühlen. Und hier lohnt es sich, zusammen, am besten zusammen, Licht ins Dunkel zu bringen und zu schauen, ob es nicht einen anderen Weg geben kann. Ich sage ja, hier die Prinzessin der Schwerter ist im Vordergrund auf dieser Party oder Veranstaltung oder Zusammenkunft. Und tatsächlich nimmt diese Person also die Luftzeichen eine sehr brisante Rolle ein. Aber sie haben viel mit dieser Erdperson zu tun. Also viel gemeinsam. Insofern, dass beide heranreifen. Die Prinzessin der Scheiben reift zum Ritter der Scheiben heran und die Prinzessin zur Königin. Prinzessin, Königin können natürlich auch männliche Personen sein. Wir könnten es auch hier natürlich mit vier Personen sein. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig. Aber was das soziale Leben betrifft, ist hier eine Königin der Schwerter sehr präsent. Und die Königin der Schwerter, die steht halt für Klarheit, für Fairness. Es kann sich hier auch um eine gerichtliche Situation handeln. Gerechtigkeit, die bringt Klarheit rein. Die ist auch ein guter Moderator, wenn es um Streitschlichten geht. Diese Person ist sehr geistesgegenwärtig, möchte ihre eigene Freiheit leben, gewährt diese Freiheit aber auch anderen. Und wir schauen uns diese Person mal genauer an. Und die Königin der Schwerter sieht für sich in dieser Woche eine neue Perspektive. Eine neue Perspektive, wodurch diese Person sich in der Zukunft mehr oder neue Stabilität aufbauen kann. Sieht für sich eine neue Möglichkeit. Vielleicht erhält die Person ein neues Jobangebot. Vielleicht ist es auch das Angebot, eine Beziehung in ihrem Leben zu vertiefen. Vielleicht ist es ein Heiratsantrag oder die Aussicht darauf, dass man zusammenziehen könnte oder ein Hausbau oder etwas in der Art. Hier spielt ein Prinz der Kelche eine Rolle. Das könnte eine Wasserperson sein, Fische, Krebs, Skorpion. Könnte auch ein Kind im Leben der Königin sein. Hier gibt es ein Reifegefälle, denn der Prinz kann auch hier sehr, sehr jung sein. Aber vielleicht ist es auch eine ältere Person, die gerade das aktuell jüngere Wesen erlebt, wiedererlebt, wieder auslebt. Vielleicht, das wäre natürlich nicht so positiv, sieht die Königin der Schwerter auch vor allem diese junge Seite an diesen Menschen. Obwohl dieser Mensch eigentlich doch schon sehr erwachsen ist. also hier gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber ich sehe deutlich, dass diese Situation Potenzial hat. Potenzial, hier mehr Stabilität reinzubekommen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, mehr Macht, mehr Stabilität im Leben zu erlangen, und zwar durch seine eigene Dynamik, durch seine eigene Tatkraft. Dass man durchaus sehr zufrieden werden wird über diesen Weg. Ja, sehr interessant. Wir schauen mal weiter. Neun der Stäbe. Wir lassen uns wohl alle auch ein bisschen die Dinge auf uns zukommen. Man sieht hier Stabilität. der Wunsch nach Robustheit, der Wunsch nach körperlicher Stabilität auch. Man möchte sich hier nicht verausgaben, man möchte Ruhe bewahren, die Dinge auf sich zukommen lassen, sich inspirieren lassen, und sich stärken für den Weg, der da kommt. Vielleicht haben wir alle aktuell viele neue Ziele vor uns, und in dieser Woche ist auch noch die Energie da, sich ein wenig aus Zeit zu genehmigen. Außer für die Prinzessin der Scheiben. Da war das ja wirklich so, dass diese Person in dieser Woche etwas plant, aber das hat eher was mit das Menschen zusammenkommen zu tun. Also es kann halt auch im familiären Bereich sein. Ich glaube, beruflich sind die Themen wohl ein wenig hinten dran gestellt. Man hat aber Ziele, Möglichkeiten für die nächsten Wochen und möchte sich auch gut auf diese vorbereiten. Möchte sich halt jetzt nicht verausgaben. Und was haben wir hier? Die Liebenden. Ja, der Blick ist eindeutig auf das Soziale, auf das Mitmenschliche in dieser Woche gerichtet. Und in der Tat könnten viele von uns die Liebe in dieser Woche finden. Es ist sehr begünstigt, und sehr zu empfehlen, sich beieinander zu melden, die Verbindung zu anderen zu suchen. Je mehr Menschen, desto besser. Aber es ist durchaus möglich, dass die ein oder andere romantische Liebe sich im Besonderen zeigt. Auf jeden Fall kann man hier die Verbindungen deutlich vertiefen und mehr ausbauen und mehr Mitgefühl, mehr Verständnis füreinander entwickeln. Und es kann es einem gelingen, Gegensätze miteinander in Einklang zu bringen und diese aufzulösen. Letztendlich sind wir alle vereint. Ja, ich muss schon sagen, diese ganzen Energien Zwillinge, Zwillinge Energie, Zwillinge könnten in dieser Woche wirklich sehr präsent sein und sehr gefragt, die ganze Energie und Zwillinge Menschen sind auch so, dass sie zwar auch manchmal auf recht oberflächliche Art und Weise, aber es fällt ihnen doch leicht, Verbindungen zu anderen aufzunehmen und hier auch tolle Anstöße zu geben, vielleicht auch gerade was Gruppendynamiken betrifft. Ja, interessant, es war jetzt für mich, also ja, wir haben jetzt hier noch die Mondkarten, das Glück ist auf deiner Seite, Neumond im Schützen, die Emotionen laufen auf Hochtouren, Supermond, ja, interessant, ne? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, dass es jetzt für mich eine neue Erfahrung war, wirklich so ganz allgemeine Wochenlegungen zu machen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, dieses Video, es würde mich sehr interessieren, wie ihr diese Legungen fandet, für mich war das jetzt ein Experiment und ich muss das erstmal noch reflektieren, aber war irgendwie schon spannend. Es hat sich halt so ein bisschen anders angefühlt, gar nicht, also wirklich weniger persönlich, das hat Vor- und Nachteile. Dadurch hatte ich mehr so diesen ethischen Aspekt oder philosophischen Aspekt im Kopf und so mehr ins Persönliche zu gehen ist schon auch mal schön. Dadurch werden diese Hofkarten ja natürlich noch komplexer, aber andererseits ist es auch ein bisschen so, dass alle Hofkarten auch uns widerspiegeln und dass alles Seiten auch in uns sein können. Es wird also schon eine Woche in der die erdverbundenen Seelenanteile in uns und die luftverbundenen Seelenanteile in uns ja besonders präsent sind, besonders im Vordergrund. Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Woche und die Woche darauf wird es dann sehr wahrscheinlich ganz normale Legungen wieder geben bei mir oder es ist so ein bisschen abgemildert vielleicht mache ich dann auch nur noch zwei wöchig oder monatlich oder zehntägig ich bin mir darüber jetzt noch gar nicht sicher und ich würde mich freuen wenn ihr eine Idee habt wie ihr euch das vorstellen könntet könntet ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben das würde mich sehr freuen auf jeden Fall werden dann ab den ab den 10. Oktober werde ich dann auch anfangen mit den Jahreslegungen für 2025 und ich werde bis zum 9. Oktober also bis zum 10. Oktober dann eine kleine Pause einlegen aufgrund der Situation in meinem Leben die ich am Anfang erwähnt hatte bei mir ist es im Moment alles ein bisschen turbulent und deswegen ist diese Pause jetzt leider notwendig und ich werde auch bis zum 9. Oktober es nicht schaffen private Legungen anzubieten ihr könnt diese bei mir buchen aber ich werde auch einen Hinweis in meinen Shop dann schreiben dass diese Legungen erst ab den 10. 10. wieder bearbeitet werden können da bitte ich um euer Verständnis das tut mir sehr leid diese Pause aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine wunderbare Woche ich wünsche euch von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder Hat dir dieses Video gefallen du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden in meinen Etsy Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen ich freue mich auf dich